Das Erkundungsbergwerk Gorleben, jahrzehntelang streng gesichert. Hier haben Geowissenschaftler, ebenfalls jahrzehntelang, einen Seilstock als mögliches Endlager untersucht, ohne Ergebnis. Kaum hat die Erkundung des Bodens begonnen, besetzen 1980 Demonstranten eine der Bohrstellen. Nach einem Monat beendet die Polizei die Protestaktion. Das heutige Bergwerk entsteht wenige Kilometer weiter. Direkt gegenüber liegt das oberirdische Zwischenlager. Von 1995 bis 2011 bringen 13 Castor-Transporte hochradioaktiven Abfall ins Wendland, unter heftigen Protest. 2013 dann das vorläufige Ende der Erkundung unter Tage. Ein politisches Signal. Die Suche nach einem Endlager soll bundesweit ganz neu beginnen. Das Bergwerk könnte später wieder in den Fokus rücken. Doch vorerst sind alle Arbeiten auf ein Minimum heruntergefahren. So kennt Wolfgang Empke das Erkundungsbergwerk Gorleben seit vielen Jahren. Geschützt wie ein Gefängnis. Wie oft er hier vor der Mauer demonstriert hat, das weiß der Atomkraftgegner nicht mehr. So schnell hinter die Mauer zu gelangen, das war früher undenkbar. Noch traut Empke der neuen Offenheit hier nicht. Es ist schon ein Meilenstein in der ganzen Geschichte hier in Gorleben. Weil diese festungsähnlichen Mauern, die waren ja so ein Symbol auch für den Atomstart. Jetzt haben wir eine ganz andere Phase. Die Endlagersuche wurde neu gestartet, aber Gorleben wird mitgeschleppt. Das heißt, auch wenn im Erkundungsbergwerk vorerst niemand mehr erkundet, aus dem Rennen ist Gorleben noch lange nicht. Und das wurmt Atomkraftgegner wie Empke sehr. Auch wenn sie heute oft zu hören kriegen, dass zukünftig alles besser laufen soll bei der Endlagersuche. Nicht aufoktroyiert, sondern gemeinsam mit den Menschen, mit den Regionen, faktenbasiert, wissenschaftsbasiert, so gut es eben geht. Auf der bestmöglichen Kenntnis, die wir haben, suchen wir nun einen Ort, in dem wir den atomaren Müll unterbringen können. Heute kann sich Empke davon überzeugen, dass die Betreibergesellschaft ernst gemacht hat. Viele Stollen in knapp einem Kilometer Tiefe sind abgesperrt, Messtechnik und viele Maschinen wurden abgebaut. Doch die große Sorge der Kritiker bleibt. In Gorleben seien Fakten geschaffen worden und andere, weniger erschlossene Standorte könnten nur schwerlich damit konkurrieren. Die Betreiber wiegeln ab. Wir werden ja im nächsten Jahr erleben, dass wir einige Regionen ausschließen werden, anhand bestimmter Kriterien. Da werden wir dann sehen, was mit Gorleben passiert. Und so wird das an allen weiteren Meilensteinen des Standortauswahlverfahrens für Gorleben bewertet, wie jeder andere Standort in Deutschland auch. Spätestens 2031 dann soll der Standort für ein Atommüllendlager feststehen. So lange wird eine 18-köpfige Belegschaft das Bergwerk Gorleben offenhalten. Die jährlichen Kosten bis zu 15 Millionen Euro. Dass nach mehr als 40 Jahren Widerstand hier doch noch das Endlager entstehen könnte, für viele in der Region unvorstellbar. Lüchel-Dannenberg ist sehr gewarnt und das im Grunde für alle anderen Menschen in der Bundesrepublik. Man muss schon sehr genau hinschauen, was dort geschieht und wie nachher überhaupt mit wem und wie verglichen werden soll. Das ist die große Frage, die jetzt im Raum steht. Und dann ist es soweit. Mit dem Schiebetor verschwindet der erste Teil der Schutzmauer. Lediglich zwei Elemente sollen stehen bleiben, als Denkmal für den Widerstand vor Ort. Der sieht sich noch lange nicht am Ziel. Wir glauben, dass das mit Gorleben gar nicht mehr geht. Die Skepsis in der Region ist auch so groß. Ich glaube, da lässt sich niemand durch das Herausheben eines Zaun-Segments Frieden. Überhaupt nicht. Im Wendland werden sie weiterverfolgen, was im Bergwerk passiert. Egal ob hinter einer Mauer oder einem Zaun.